ist größer als gedacht man wird immer größer wenn ich weh drücke was ist das denn bitte so und damen hallo und herzlich willkommen zu einem speziellen video auf meinem kanal und zwar handelt es sich wieder um GTA 5 aber diesmal habe ich den menu trainer drin und Und wir machen heute mal einfach ein bisschen Scheiße in GTA, ne? Hier kann man einfach so viel Scheiße einstellen, Mann. Invincibility, invisibility. Alter, Junge, ist das krank, Mann. Okay. Ein bisschen durchsichtig, okay, okay, interessant. Ich gucke gerade selber bloß ein bisschen durch, deswegen. Ghost Rider. What the fuck is that? What the fuck? Ja, Mann. Wir sind der Ghost Rider Extreme, Mann. Sieht bloß ein bisschen komisch aus. Ha! Holy shit, Mann. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Really? Wir fahren jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Das ist mega geil, dieser Trainer, Alter. Das ist der größte Shit, den ich je gesehen habe. Das ist der beste Mod, den es ein GTA gibt, da, da. Und der ist super, super leicht zu installieren. Wenn ihr gerne wollt, dass ich auch mal so ein Tutorial mache, wie man das alles installiert, ja, denn lasst mal eine positive Bewertung nach, schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr wissen wollt, wie man sowas alles installiert. Aber, als ich das gesagt, das ist alles bloß für den Singleplayer. Das ist nichts für den Multiplayer, denn ihr werdet mit den Mods instant gebannt. Und das permanent, und das wollen wir ja nicht. So, Player Options. Wo war ich denn jetzt? War, ja, hier war ich. Okay, ja, 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 Ghost Rider Mode. On, off. Ja, ich will nicht mehr. Hallo. Ich brenne trotzdem, Mann. Ja. Nein. Ich will nicht mehr, Ghost Rider, sei da, Alter. Wisstet, Mann. Modal Changer, machen wir mal, machen wir das. Ähm, Randomized Pet Variation. Ich will keine Flammen mehr. Mann. Ich dachte, dass ich gehe weg damit. Appley Outfit with Flames. Ne, ich will es aber nicht. What the fuck? It's dead. Grafik Bugs? Oder wird verratet? Hä? Ich will nicht mehr brennen, Mann. Mh. Wird hier irgendwas eingestellt? Dass ich brenne oder nicht? Keine Ahnung, Mann. Mh. Ähm. Settings. Egal, dem Brennwald ist auch egal. Gucken wir mal. Wardrobe. Outfits. Ghost Rider will ich nicht. Ähm. Nein. Gucken wir mal. Front View will ich nicht. Wenn ich das jetzt so mache, das bestätige. Sieht auch ein bisschen lächerlich aus. Gibt's denn ja alles. Komm, lassen wir mal wirklich im Ghost Rider Style. So. Ja, hört auf zu schreien. Ich brenne noch bloß, Mann. Oh. Wir können hier einfach mal... Guckt euch das an. Warte mal. Wir können hier funny vehicles. Adaruma. Das ist so eine Mischung aus Adar und Kuruma. Du bist so bescheuert, dass ich da brenne, ey. Das ist doch... Das ist doch doof, Mann. Ähm. Alles klar. Was war das? Hab ich das immer noch eingestellt? Ne, hab ich nicht. Hä? Okay. Ähm. Player Options. Model Changer. Randomized. Okay, mein Reifen ist geplatzt durch die... Favorites. Ne. Animals. Boah. Warte ist, wenn ich jetzt aussteige. Ja, nee. Ist klar, Alter. BTF. Was ist das, bitte? Und ich schieße mit... Was? Alter, ein Hund. Alter, das ist ja mal mega geil. Ist ja geil. Plus, ich müsste mal die Waffe wegpacken. Hallo, ich will die Waffe wegpacken. Ach, Mann, ey. Kann ich jetzt wieder zum Normalen werden? Ähm. Ja. Ach, ich brenne nicht mehr. Cool. Dann kann ich ja eigentlich... Kann ich hier was nehmen? Ne, guck mal mal bei Gang Mails. Ähm. Muss doch schon ganz cool aussehen. Ne, sonst pass die wollen wir nicht. Nein. Ach, komm, lassen wir den und dann ist gut. Dann haben wir wenigstens ein Model, was nicht mehr brennt. Wie heikel. Oh Gott. Ne, ich will den nicht schließen. Wie heikel Options. Wie heikel Spawner. Und wir spawnen einfach mal. Funny Vehicles. Hey, mal schreibe ich das hin. Go Bike. Ja. Was ist das bitte? Hoi. Ey, das ist so geil. Was für eine Scheiße man hiermit anstellen kann. Ey, ist so unglaublich, ey. Spring. Och Mann, ey. Bitte was? Bitte was? Wir sind ein FBI-Gebäude? Was ist denn los mit dir? Moveable Plattform. Ja, nee. Warte mal. Wir können damit rumfahren? Hä? Loll, das ist größer als gedacht, Mann. Hä? Wir würden immer größer, wenn ich weh drücke. Was ist das denn bitte? Hä? Was? So wird es wieder kleiner, richtig? Loll, alter, wie geil ist das denn, Mann? Oh, oh. Das Gebäude steht sogar noch? Ne, okay. Das geht gerade wieder in sich zusammen. Und explodiert. Ach so, das war so ein Ding. Ah. Das Auto sieht auch witzig aus. Was hier alles reingemodelt würde, ist so krass, Mann. Warte mal, wenn ich jetzt irgendwo gegenpache, explodiere ich? Okay, nee, Gott sei Dank nicht. Hydra-Ufo? Bitte. Bitte. Was? Bumper-Ucoar? Ja, nee. Ist klar, Mann. Was zur Hölle, Alter? Alles satt, bitte. Ein Rollstuhl, Janie. Hui. Okay, da sitzt ein bisschen komisch dran. Aua. Bitte. Was ist das? Pumper-Ucoar, ey. Wir fahren hinter der Polizei, Alter, ja, damit. Kommt, zieh, Mann. Ist das bescheuert, Junge. Ey, das macht zu sehr Spaß gerade, ey. Ich könnte eine ganze Stunde damit aufnehmen. Alter, ist das eine bescheuerte Scheiße hier. Ich lasse aber noch vieles für den Stream vielleicht nachher noch auf, denn... Also, was heißt nachher? Ihr seht die Folge jetzt so denn... Dazu morgen. Also, ich werde dann... Morgen die Folge hochladen, weil ich nehme die jetzt am Donnerstag auf. Denn ich habe noch ein bisschen viel zu tun. An Lernen und so, deswegen. Aber guckt mal, wie das gemacht ist. Okay, egal. Oh, da ist ein... Hier. Shark Attack. Ja, ist das geil, Alter. Okay, der ist tot. Schön. Ein toter Heilwillig, aber nicht. Ah, ha, ha, ha. Ey, ist das bescheuert, ey. Na, cool. Läu, ist das behindert, ey. Alter, was man hier für eine Scheiße anstellen kann, ne? Ja, nee, ey. Was? Ja, nee, ist klar, Mann. Was ist das denn, würde? Ich trage mal ein paar Kumpels mit mir rum. Die wohnen mit mir hier. Aber irgendwie sehe ich niemanden da drin. Leider. Deswegen bringe ich mich jetzt um. Ich habe keine Freunde. Schnell runter hier. Aber wie geil ist das denn, bitte, Mann? Warte, Supercars. Und, ähm, wollen wir uns direkt mal? Weißt du, was? Saved Vehicles. Search. Ähm, Ninja. H2. Aber ich fehlen. Save Current. Vehicle. Nein, will ich nicht. Escape. Favorites. Ne, kann ich ja nicht. Hä, wo kann ich denn das eingeben? Spawn Settings. Type. Toggle. Spawn und Winze besucht. Kann ich das hier unten einstellen? Wenn ich jetzt so Input mache. Ninja H2. Ah, da ist sie doch. Dann gucken wir uns heute die direkt an. Das ist nämlich die Ninja H2R. Momentan noch in anderem Optik. Leicht silbrig-schwarz gehalten. Die gucken wir uns heute mal kurz nebenbei an. Weil, das habe ich jetzt auch so reingezogen in die Datei. Wollte gucken. Das ist nämlich auch eine Erweiterung vom Spiel. Also ein Add-on. Anstatt ein Replays. Und. Jetzt, momentan ist ja die. H2R. Die Kabasaki Ninja. H2R heißt hier. Ähm. Ist jetzt momentan nicht der schnellste Motorrad. Ist aber auch nicht gerade langsam. Deswegen. Vehicle Options. Gehen wir mal auf. Wo ist denn das hier? Ja, da, 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 da. Vehicle Multiplayers ist es nicht. Oh shit. Hier können wir die Beschleunigung aufballern. Guckt euch das an. Warte mal, wir werden das jetzt auf. Das stelle. Warte mal. Guckt euch das an. Full Speed, man. Oh Gott. Ja, was für Speed erreicht, man. Ist das abnormal. Wo war denn das jetzt? Wo stelle ich das ein, Alter? Speedometer war das nicht. Wie Gehicle Multiplayers. Okay, ja. Ähm. Wo ist die Maschine da? So. Lasst uns mal ein bisschen cruisen mit der Maschine. Ist ja schnell genug. Für cruisen. Guckt euch diese Scheiß an. Alter. Schwede. Fuck it. Ich kann nicht linken mit dem Ding, weil es zu schnell ist. Alter, ist das geil. Das macht so Spaß, man. Gucken wir uns aber die normalen Form an. Reparieren kurz. So. Und. Wie kann ich das hier machen? Menu Custom Star. Auspuff. Könnten wir. Den ran bauen. Das ist der originale von der H2. An sich. Da ist die Straßenvariante davon. Das machen wir nicht. Das ist auch wieder. Von der normalen Variante. Das machen wir auch nicht. Wheels lassen wir so. Fahrgestell. Race. Und. Dann Race Car B. Okay. Lassen wir Race Car B. Das ist die originale H2-Aero, wie man die kennt so an sich. Außer das Silberne hier vorne. Also den Kotflügel sag ich jetzt mal. Aber sonst kennt man die so. So. Hier ist wenigstens sogar alles auf Deutsch. Das ist mega geil. Oh, das wollte ich nicht. So wollte ich machen. Paints lassen wir. Ambles lassen wir. Turbo. Turbo an wollte ich. Aber ist da auch noch mal. So. Xenon Scheinwerfer an. Und. Engine Sound. Select Vehicle. Ich denke mal, das passt so, dieser Engine Sound. Gucken wir uns mal die Beschädigung so an sich normal an. Der hat ja den schönsten Helm auf den es gibt. Also ich sag mal so. Dafür, dass es eine H2R darstellen soll. Hätte der wirklich noch was an der Geschwindigkeit machen können. Denn ich denke mal nicht. Steht. Geht das Tacho? Wartet. Gucken wir mal kurz. Alter, wie weit kann man wechseln? Oh Gott. Helm Perspektive. An sich die Drehzahl geht. Und die Kuh geht auch. Über die Straße rüber. Wo ist die Kuh hin? Kuh. Ach, es tut mir leid. Tut mir leid, Mann. Lol. Dieser Sound. Wenn man rüberfährt. Ist ja geil. Ach, Mann, ey. Ja, wir gucken uns die mal kurz vom Nahen so an. Alter, wie krass das aussieht, ne? Das ist hoch aufgelöst. Das ist so mega hoch aufgelöst. Das sieht man einfach, wenn man weiter weg geht von der Karre. Das ist so leicht flimmert, sag ich jetzt mal. Vehikelabschutz, Fahrzeug reparieren machen wir auch kurz. Und dann steigen wir nochmal ab. Und gucken wir uns die Maschine nochmal mit Handy an. Dann verbinden wir direkt zwei Sachen in einem. Und zwar, hier sieht man richtig krass. Wat bitte? Wie krass ist denn das bitte aufgelöst, Mann? Brembo. Perfekt. Bitte. Bitte. Was? Ähm. Kawasaki hoch aufgelöst. Die Kette ist an sich ganz cool. Das ganze Gestell, bitte was, Mann? Wie krass ist denn das bitte, Alter? Warte, gucken wir mal hier hinten. Da ist auch noch ein Schriftzug. Machen wir mal das doofe Raster weg. Ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen. Ninja H2 steht ja. Alter, der Auspuff. Der sieht nicht so geil aus. Der hat so eine riffelte Textur an sich nicht. Die Reifen hat er nicht schlecht hinbekommen. Und falls ich mich verschnupft anhören sollte, das liegt daran, weil ich wirklich krank bin. Und gleich einmal niesen muss. Aber gleich ist. Und zwar, die Fußrasten sehen auch gut aus. Ahu, da warte. So. Oh, Mann, ey. Ey, nee, 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 nee. Schnupfen, Mann, so. Ist das Schlimmste. Na ja, nicht das Schlimmste, aber so. Das sieht auch mega geil aus. Man kann alles lesen. Außer vielleicht beim Blauen ist es ein bisschen verschwommen, die Textur. Aber an sich ist das, das Add-on einfach mega, mega krass. Ist mal ohne Scheiß. Wie kann man denn bitte sowas machen? Ey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man sowas modden kann, so. Verstehe ich echt nicht. Null. Ähm, ja. Jetzt ist meine Nase erstmal schön dicht und schön voller Daste Schleib. Äh, äh. Und wir haben jetzt so, denke ich mal, noch ein bisschen Spaß. Hier gibt es irgendwo, ich weiß bloß nicht wo, war da bei Weaver Options? Nee, hier war es nicht. Winspeed. Ähm. Wo kann ich das denn einstellen? Ähm. Ähm. Egal. Lassen wir die Flagge mal sein. Äh, die Stimme sein. Trigger FX. Ich mache hier gerade, ich, ich höre hier gerade voll die Scheißmusik. Warte mal. So. Prep Stuff. Fire. War das? Lol. Hä? Lol. Wartet mal. Gönnt euch. Und war das Bloody Puk? Ja, nee, ist klar. So kann man den Boden voll mit Blut kleckern. Ja, man. Wir machen ein Ritual. Okay, stärker geht es nicht mit Blut. Zu, sozusagen. Aber. Ist ein schöner Fleck. Ghost Rider Mode wollen wir nicht. Nein, das wollen wir auch nicht. Irgendwo war hier der Mode. Man kann ja jetzt nicht zum Beispiel Super Run anmachen. Guckt euch. So ist ganz normal rennen und wenn der Sprint ist. Hui. Aua. Aua. Das tat bestimmt weh. Lol. Alter, wie geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fliegen. Da war eine Stange im Weg. Aua, das war ein Auto. Force Field. Boots, boots, boot, Alter. Boom. Kommt mir einmal in die Quere, meine Freunde. Kommt mir einmal in die Quere. Ja, spaßig. Alter, warte mal, was passiert? Ach, du Scheiße, ist das ein Chaos hier? Boom. Erstmal schön ändern, dass hier alles in die Luft geht. Es war ein bisschen laut gerade, aber. Lass mal. Loll. Loll. Was ist? Warte mal, elf. Wir sprinten mal voran. Wir sollen. Hau, jump. Wir spr- Wat? Das ist mir schon, will ich dir aus. Numpet 7 für hoch. Numpet 7 für hoch. Numpet 1 für down. Loll. 7 hoch. Okay, es backt. Ich muss erstmal wieder aufstehen. Plus. Plus. Speed. Hui. Ist das bescheuert. Null runter. Und nicht, Mann. Mann, ey. Player Options. Hier muss er irgendwo mal. Never Wanted könnte ich anmachen. Ignored by everyone. Superman Auto. Hui. Wir können fliegen. Jetzt nicht mehr. Hupsi. Hui. 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 Wo kann man es denn bitte einstellen? What? Teleport Gun? Heavy Pistol? Was? Bitte. Bitte. Was? Schwere Pistole. Warte mal, warte ist Warte ist eigentlich, wenn ich da oben hinschieße Loll, ich komm bis dahin So weit reicht es nicht Bis dahin, hinten reicht es Alter, ist das krass, Mann Ich hätte nicht gedacht, dass es so was Geiles gibt, ey Steht da keine Art, ach man, ey Uses Sold Rifle Sold Rifle ist das Magnet Gun, warte mal Müsste ja die eigentlich sein, warte, komm mal her, Mann Wer fährt hier sonst kein Auto, Alter, was ist denn los? Hä, welche Waffe ist denn das? Welche das eben verursacht hat Kommt die jetzt weg oder nicht? Nein, ich will doch bloß Anvisieren Nein, kann ich nicht Okay, hä? Die verstehe ich nicht Rope Gun Glitchy, brauche ich nicht Shoot Scrub the Combat Pistol Combat Pistol Ist das die hier? Ist das die hier? Ist das die hier? Loll Alter, ist ja krass Wir gehen jetzt immer Rente, rennt da unser Mann Sind wir das gewesen? Nice Wir sind die Frau, Alter Hübsche Frau sind wir Rapid Fire Loll Was ist, wenn man das mit einem Minigun verbindet? Loll, ne Railgun? Bitte Bitte Was? Boom Okay, das funktioniert leider nicht Kann man bitte Raygun Loll Geht das auch ohne Rapid Fire Mode? Ne, geht's nicht Ach du Scheiße, Mann Das ist doch mal ne Waffe, ey Boots, Boots Alle weg, Nieten, Alter Ist das krass, Mann Loll Wird automatisch Geschossen Boom Bullet Time Boom Äh, keine Ahnung, was das macht Flaming Bullets Warte mal Wie sieht das aus? Wenn ich schieße Tenfold Bullets Loll Dreierschuss Rente kommt die Feuerwehr Die ist aber sofort weg Tschüss Explosive Melee Was ist das? Wahrscheinlich so in der Reichweite So Ich frage mich trotzdem nach Ah, ich hab's doch Da ist doch was, Mann Er wird heute halt ein schön lange Video Aber das stört mich nicht Denn ich hab heute genügend Zeit Neben dem Lernen Gönnt euch das einfach Ne, okay Wir machen das mal nochmal Wir machen das nochmal anders Wir machen das nochmal anders Wir machen das nochmal anders Wir machen nämlich Hier Schluss Ich hab mich jetzt spontan entschieden Weil ich ja nun gleich live streamen werde Also Ihr seht zwar, dass morgen Äh, das Video erst Den Tag da drauf Aber ich werde gleich live streamen So dass ich euch das alles zeigen kann Was wir ja alles so Bisher Nicht Also das was jetzt kam Bisher im Video Das werde ich natürlich nicht zeigen Das kommt dann In diesem Video jetzt halt dran Aber Im live streamen Den werde ich auch veröffentlichen Da könnt ihr gerne nachgucken Was Äh Wir So alles gemacht haben In dem live streamen Denn Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis denn Äh Tschüssi Lasst nen Like da, Mann Tschüssi 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 Tschüssi